nicht hast aber jetzt schon zum vierten oder fünften mal gibt es etwas das ich für euch tun kann nö habe ich den stand freundlich beseitigt das hat du willst du so wohltat wohltat jetzt habe ich dich böse flammer hat es nicht fast getötet ok ein bisschen nicht wäre nicht schlecht da ist der typ da haben wir ja schon alles bekommen so wir waren glaube ich hier beim einsammeln oder ja waren wir ist auch noch ein okay das haben wir schon so dann hier hoch ist da was versteckt nein die glaslaterne hier auch abgenutzte höhlen und er hat sich von alleine geöffnet ok ein treffer noch schon ein tefer noch geht doch die haben wir komplett mit dem bogen gekillt obwohl sie irgendwas beschworen hatte jetzt sehen wir ein muskulöser fleisch hat danach oder so eldrasea helas teures amulett 16 draken teurer ring, teure schuhe extravagantes gewand und ein feuerbissschwert kurzwaffe uh schön ja wobei ach die kerze ist auch aus so ähm salzreis kommereier kommereier und salzreis ok noch mal eine glaslaterne vielleicht soll ich die glaslaterne vorerst noch da lassen rolle der goldenen heiligen goldene heilige beschwören für 60 sekunden auf sich selbst cool, wieso nicht? nehmen rolle des flammenaturnachs flammenaturnach beschwören cool exklusive ausdauertrank nicht schlecht gegengifttrank schlüsselentdeckentrank magiebannentrank rolle der großen herrschaft kreaturen beherrschen auf 10 stufen für 30 sekunden und hymonoide beherrschen auf 10 stufen für 30 sekunden nehmen wir rolle der ersten hemmnis schild 5 punkte für 30 sekunden ok salzreis rolle rolle selins nebelschuhe festes wasser für 42 sekunden rolle telwins mut homoiden ermutigen und kreatur ermutigen rolle der grauen seele entzugintelligenz auf ziel rolle des flammenflugs anfälligkeit für feuer auf berührung und rolle des flammenschutzes feuerresistenz auf sich selbst nicht schlecht der erste aufstand und haben wir musik auf 20 punkte verbessert cool gefällt mir so dann haben wir hier noch ein paar tonen die wir jetzt öffnen werden so sofort geil äh 34 raken ein amulett mit zauberflug wirken noch benutzen schaden glück auf berührung ok kleidung haben wir geil jetzt haben wir ein amulett auch noch wobei ich sagen muss ich finde das richtig scheiße aber egal besser als nichts wiegt doch nur ein kilo so so dann haben wir ja die glaslaterne können wir jetzt auch mitnehmen die kerzen passen äh diese kiste hier komm schon öffnen öffne dich öffne dich gleich ist der titelchen ah da haben wir es das sind 115 raken und billiger feuerresistenztrank ok dann bleibt nur noch diese tool und da ist erstmal eine falle so sollen des gesellen sollen des lehrlings falle entschärfen komm schon bisschen sicherheitsskillen oh ja und die trägt es gesellen wow wir können das öffnen schloss mit 35 wir haben echt sicherheitsschon so hoch geskillt auf 12 punkte ich finde das voll geil da öffne dich öffne dich komm schon öffnen oh die kerze ist aus der dietrich ist gleich weg hm so komm schon öffne es ich will den sicherheitspunkt haben ja der dietrich bricht gleich ab jetzt haben wir keinen dietrich mehr wir müssen uns wieder welche kaufen dann machen wir das vorerst so so den kei ja ok nehmen wir mit ursprung der mage gilt haben wir haben wir glaube ich schon mal gelesen geister der giftresistenz und wiederherstellungsschnelligkeit dann haben wir hier noch eine fackel vorsicht au gibt es etwas das ihr braucht ja den durchgang so wir sind fertig wir sind hier fertig na irgendwo da ist das richtig oder? ich glaube schon ok du willst es im nahkampf du kriegst es im nahkampf ich habe mein schild nicht an so ich würde hier gerne jetzt markieren obwohl ja ok würde jetzt nicht mehr gehen aber speichern möchte ich und mal sehen das haben wir ja jetzt schon gemacht dann hätten wir das da wenn ich nun dem Pfad zwischen den Hügeln in Richtung Norden folgte lege Sulipund zur linken gierig vor der Weggabelung ich geh einfach mal weiter ich bin gespannt ob ich es noch finde oder ob ich einen neuen Dungeon finde wenn ich einen neuen Dungeon finde dann mache ich davor äh markieren und werde mich nochmal zurückporten oh vielleicht ist das ja das Waffe stirb ok dann halt so ein erkrankter Skript mal wieder ah das hier ist eine Wurzel das sind alles Wurzeln ob es das da wohl ist ob es das da wohl ist ah das ist ein Strauch das ist auch ein Strauch das ist auch ein Strauch Sulipund das ist es oh und hier ist die Weggabelung hier geht es nach Balmora, Pelagiel und Wiebeck und hier Molagmar, Kantberg und Asanibibiberg ja aber wir müssen sowieso nur bis hierher mal sehen auf der Weltkarte finde ich toll wir haben schon so viel erkundet speichern speichern so dann kann ich hier rasten? ja egal haben wir gleich haben wir gleich zack das klappt nicht ok lassen wir es markieren dann noch kurz die Ausdauer abwarten ok markieren hat geklappt dann könnte ich mich eigentlich gleich nach Hause teleportieren jetzt habe ich nicht genügend Magiepunkte und wegen dem da kann ich nicht rasten, na toll gehen wir einfach mal rein ja wir haben eh noch 40 Punkte, wir haben markiert lassen wir es gehen wir weiter aber vielleicht doch speichern das wir markiert haben und Leben und Ausdauer sind ja auch wieder voll und vielleicht ist das ja gar kein Dungeon sondern nur ein Gebäude Maliel Brolis das ist nicht der den ich brauche aber egal verzeiht aber ich rede nicht mit Leuten die ich nicht mag lebt wohl lasst mich allein jetzt klappt es ich verstehe Winder ist schon gut wenn er ich werde sehen was sich machen lässt ihr seid großzügig Winder und euer Ursatzvermögen ist gut Teilen ist gut Winder ich teile gern oh ich beleidigt mich Winder Teilen ist gut Winder ich teile gern ja ja natürlich ich hoffe ich kann helfen stellt mir eure Frage ich bin Maliele Brolis Magierkrieger und Helfer derer die man oft einfach Fürstenhaus Telvani nennt Aha Bretone wie wir Bretonen sind ah das haben wir eh schon mal gehört die neuesten Gerüchte zunächst schien es als ob all die Aufregung um die Pro- ah das haben wir schon gelesen uns ist Politik egal wir scheren uns nicht darum was andere denken wir wollen nur in Ruhe gelassen werden und unsere Zauberer Fürsten und ihre Söldner sorgen dafür dass uns niemand beheiligt das haben wir auch schon mal gelesen wenn ihr mit einem Magierkrieger reden wollt der sich in Moravind auskennt solltet ihr mit Strillian Marco in der Kaserne in Genesis reden er hat schon in verschiedenen Garnisonen auf Fadenfelde gedient kennt die Insel und ihre Bewohner und nimmt sich gerne die Zeit mit jemandem mit jedem zu reden der sich für seinen Beruf interessiert Sucht nach Magier gildenden bei Mora, Alter und Caldera in der Wolfenhalle in Sardrismora und im Fremdenviertel von Vivec Ich bin Magierkrieger wir auch ich führe Krieg mit Zauber und Schwert und verbinde die Schulen der Wiederherstellung, der Veränderung und der Zerstörung mit einer Ausbildung im Kampf durch magische Waffen und Rüstungen baue ich Angriffs- und Verteidigungskünste weiter aus dieses Gleichgewicht aus Stahl und Zauber Angriff und Verteidigung, Beweglichkeit und Schutz das zeichnet ein Magierkrieger aus Im Tilwani Distrikt sind wenigen Tilwani Turmstädte große Dörfer Dörfer mit Zauberertürmen Ok Ja und Solzheim kennen wir auch Welch glücklicher Zufall Wie geht es euch? Das ist eine Falle Also gehen wir erst einmal da weiter Ich glaube das ist tatsächlich einfach nur ein Haus Ich meine wir sind schon einmal komplett rum drumherum und fertig Nael Ich will euch hier nicht haben Ihr seid ungefähr so beliebt wie eine Schüssel Teer und wessen Schuld ist das? Eure allein Fremdländer 33 43 61 71 77 77 88 98 98 100 Ich bin Nael Bogenschütze und Helfer derer, die man oft einfach Fürstenhaus Tilwani nennt Wenn ihr mit einem Bogenschützen über das Bogenschießen reden wollt, solltet ihr mit Ian Ian in Ebenherz reden Meistens hätt er sich irgendwo auf dem Platz in der Nähe des Hafens auf Dort wo die Drachenstatue steht Ich bin ein Bogenschütze Kämpfer wie ich hassen es verwundet zu werden und so schlage ich mit den Waffen eines Schützen aus der Entfernung oder aus einem Hinterhalt heraus zu und laufe dann, als wäre der Teufel hinter mir her Das kenn ich Wenn Flucht nicht möglich ist, greife ich zu Langwaffen oder Speeren Ich bevorzuge Speere, denn sie sind länger und ich kann mehr Abstand zu Dingen halten, die mich verletzen wollen Wenn ihr das feige findet, dann seid ihr mit Eisenanzügen und klobigen Äxten besser bedient Das Kaiserreich hat abgelegene Provinzen, die durch den Kaiserlichen Kult die Religion des Kaiservolks bekommen Priester des Kaiserlichen Kults bieten den neuen Göttern Anbetung und Gottesdienst in den Schreinen des Kaiservolks in Wadenfell Ich möchte speichern Denn vermutlich kann ich hier nicht so einfach stehlen Nein, die sieht mich immer noch pbbb bescheid